Es wird sehr spinnig, wenn sehr viele Spinnen haben und versuchen mit diesem Bild so ein bisschen, denke ich, noch einzugarnen. So, ich habe keine Ahnung, was ich mir vorstelle. Ich brauche jedenfalls noch einen Second Stab, mit dem ich dann auch so Damage mache. So, ich habe keine Ahnung, dass ich mir jetzt die Spinnenarmee spielen kann. Wenn euch das ganze gefällt, könnt ihr gerne einen Like hinterlassen und einen Kommentar. Ähm, hüppig. Da musst du auch den Kogetten, ne? Ne, aber die Erbsspitzen mit. Ähm. Ich schicke jetzt mal rein, das ist wirklich sehr hoch zu betten. Und ich kann es nur zu empfehlen, dann hier immer von Spinnen zu stehen. Möglichst, wenn ich die treffen lassen, dann muss ich das und die Spinnen springen. Warum denn ab und an mal so Lannenspinnen spawnen? Also ich kann es nicht mitbringen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall. Wir brauchen halt Zeit, ne? Bis wir... bis wir... Wir brauchen eine Schwan... Oh man... Dann wird es schwierig werden... Nein, das ist schwierig... Okay... Das ist so schwierig... Oh... Ich bin der... Ich bin in der Ruhe gemacht... Okay... Let's go... In der Ruhe Pode. Ich habe hier... ... und dann. Ich bin der Schnapp. Hast Du bin? So, das ist hoch. Das haben wir hier. Sonst hätte ich den Stabding gebrauchen können. Aber ich, ja, will nur das mit und das mit. Wir brauchen halt Dinge, die wir auch rein können. Ich kann das tatsächlich mal fixen. Da reinsetzen. Wenn das hier rollen, wir hoffen auf Spinne 2, sodass wir die dann mit der Spinne noch kombinieren können. Das Buch können wir rausnehmen, wobei, ja, können wir tatsächlich rausnehmen. Wir brauchen das nicht mehr. Also, das muss ich jetzt so machen, eigentlich. Das kann man halt nicht in drei Sekunden ausmüßt von als random. Ist halt ein bisschen shit, aber das ist schon mal so klar. Machen wir mal so, machen wir so, probieren wir das mal aus. War ich auch ein Fan hiervon bin? Ja, auf jeden Fall wäre ich davon ein großer Fan. Das können wir da hinsetzen. Das da hinsetzen, wir können es sonst auch... Nee, das... Das ist nicht so. Das ist nicht so. Na und... Perfektieren. Dann können wir das hier machen. Dann noch weniger größer. Auf T. So können wir das machen. Hm. 5K? Uh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei der Poison nehmen wir mit. Bei der Poison setzen wir ihn hier rein. Hier zieht ich Damage. Ich brauche hier noch was. So, hier muss ich was passieren. Gott. So, hier muss ich was. 1...2... Könnte ich in 3er gambeln. So, ich mach nichts. Und wir saugen... Ah, 1200 raus. Das macht schon was, der. Und die Spinnen sind nun nicht mal mehr komplett drin, ne? So, jetzt kommen wir noch mal auf die Küche. Wir machen jeweils die Künstler zu verkaufen, ob wir die Künstler zu verkaufen, oder im Hinblick auf den Künstler zu verkaufen. Den Fall aus der Bühne sind die Haare und die Haare und die Haare und die Haare. Ich muss dazu sehen, dass ich meine Bücher spame. Spam, spam, spam. Machen wir hier noch ein bisschen mit davon rein. Krass drauf. Und das auch so machen. Von dem ein bisschen weniger Damage, aber das ist nicht schlimm. Das Leben ist, dass die hier nicht richtig gut aufgestellt sind. Das Leben in diesem Fall geht. Und das Leben in diesem Fall geht. Tatsächlich ist es nicht, wenn die Abelton aufhören, dass ich die Abelton ausfragen, denn vor allem, es war die Abelton. Denn ich habe einen Abelton aus dem Fall gelegt, und ich war das hier nicht so richtig, die Abelton auswählen. Ja das geht also Das ist ok, das ist ok Das ist ok, das ist ok Das ist ok, das ist ok Das ist sehr kritisch, ne? Ich brauche jetzt nur ein bisschen Zeit. Ja, sehr gut. Und wir haben die Situation bekommen. Sehr, sehr gut. Vielleicht mal gucken. Ich hoffe, sie bekommen Fliegen, weil dann kann ich... Oh! Okay, okay, okay. Wir sind beide Syrage. Wir sind beide übel. Oh mein Gott. Wir haben uns ja halt Gegner töten, das wir halt für einen Endboss haben. Jetzt wird für einen Endboss richtig klocken. Ich könnte für einen Gamble gehen. Und hoffen, dass ich noch einen Buch bekomme und einen Zentakel. Dann haben wir Gottbild. Bin ich ehrlich. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich nehme das mit. So. Ich nehme das mit. Und... ähm... Guck mal, was... was geht. So. Fliegen! Da ist hier die... Äh... Mutter. Aber das war übelster Gamble. Das war ein richtiger Gamble. Da muss ich ohnehin auf Leben gehen. Da kann ich auf jeden Fall das reinsetzen. Und ich brauche noch irgendein Projekt hier. Und ich brauche noch irgendein Projekt hier. Irgendein Projekt hier. Wir werden dann bei... Wie viel nimmt das? 30 Leben. 30 Leben. Brauchen wir so viele Säuze? Ja. Wir gehen für den Gamble. 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 Wenn das... ...eig schließt so machen... ... dann redet er noch ein... Ja? Wie geht's? Wir sind bei 0,5. Das ist heftig. Hier ist heftig. Okay. Okay. Ab in die dritte Barbe. Gold ist okay. Können wir machen. Aber jetzt kommt. Und okay. Da geht's. Geht's. Das geht's für den zweiten Dollar. Die Zeit. Auf. 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 Oh, okay, this one is cool. Okay. Oh, okay. Oh, okay, this one is cool. Oh, okay. Oh, okay. Okay, let's go. Oh, okay. 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 So wie wir haben, in Expansion Zone, in Expansion Zone, dann haben wir dahin, da schieben wir einfach alles ein Big Fighter Rubber, weil ich will, dass wir drin sind. Das ist okay, das ist vollkommen fein, dann bekommen wir klar, dann wollen wir, dann wollen wir, ich glaube, dass wir sogar kühlen, dann kann man auch, wenn das funktioniert und wir schade durchdrücken, boom, das machen wir zweimal. Wir haben nicht ganz so viel Gold, wie wir eigentlich haben möchten. Oh ja, oh ja. Boi. Oh boi, oh boi. Was können wir denn? Was sollen wir denn machen? Müssen wir mal fixen. Erstmal müssen wir das rummachen. Jetzt sollen wir das Gold haben. Auch mehr. Also können wir das. Okay. Okay, cool. Okay, okay. Jetzt sind wir jetzt dasубvolle. Aber wir können uns die E Guy cuestchen. Okay. Also? Okay. Okay, yeah. Okay, ich bin. Jetzt muss ich mal ausmeldet, ich möchte das ausmeldet einleiten, so. Ah, ja, ok. Dann muss ich hier noch ummachen. Das ausmeldet. So. So. Gehen mit dem Marat. Gehen. Und aus. So. 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 Und. Das hier ist ja. Das hier ist so. So haben wir. So haben wir. Jetzt wir rausgehen und das ist dann kein Dächt. So. 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 Wir werden uns einmal durchkämpfen. Was haben wir bekommen? Elite. Wir sind jetzt schon beim Elite. Oh nein. Okay. Oh nein. Damit ich auch Tochter habe, bin ich fast ganz peilig mit euch. bin ich fast ganz peilig mit euch. Ähm. Oh nein. 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 Jawoll. Oh nein. Oh nein. Ich habe keinen Schaden bekommen. Oh nein. So. Oh nein. Jawoll. Hier. Das ist kacke. Das ist wirklich kacke. Ehm, wir haben jetzt noch Technik, als ihr seht, ich brauche das in Nordrhein. Ehm, oh mein Gott, oh mein Gott, meine... ich hab keine Namen, wie geht das? Hier habe ich jetzt meine... Das ist doch gut, hier ist eine Schlange... Das ist ok, aber ich hab halt gerade noch. So, jetzt ist doch gut, oh, fehlen hier das... Oto, aber wir haben nicht mehr viele Türen. Das ist typisch. Ähm... Ja, guck, ok... Weiß... Ja, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit, einen Trank mit. Komm noch ein bisschen Leben hier zurück. Oh Gott, das war aber wenig Leben, bin ich ehrlich. Noch ein bisschen Gold... Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Jetzt müssen wir mit dem... So, da kommen wir mit. Da kommt auch, dass wir ein bisschen leben. Hast du noch ein bisschen? Macht jemand was denn freuen? Oh, ja! Da ist es. Genau das, was wir gefunden haben. Oh mein Gott. So, ja. Das brauchen wir. Das lassen wir, glaube ich, wirklich so. Und dann... Oh, ich habe nicht. Gold. Das tut weh. Tut das weh, tut das weh. Oh, das ist schmerzhaft. Das ist richtig schmerzhaft. Ich habe nichts bekommen. Gar nicht. Wir können das so machen. Machen, I guess. Und die dahin klatschen. Bis dahin klatschen. Und hoffen, hoffen, hoffen. Und hoffen, hoffen, hoffen. Und hoffen, hoffen, hoffen. So, naja. Oh, das ist das nicht so. Und leid, was du da bist. Oh, nein. Ich bin immer noch ein bisschen zu verstecken. Aber mit den meisten klatschen. Aber ich gehe die einfach nicht. Ich bin immer noch ein bisschen. Aber ich bin immer noch ein bisschen kaputt. Ich bin immer noch ein bisschen kaputt. Ich bin immer noch ein bisschen kaputt. Hallo! So, wir haben... Aber jetzt muss jetzt was Richtiges sein, sonst hab ich ihn verfehlen. Und wie gern das? Und? Also, das war's. Okay, ja, ich hab ein bisschen mehr Leben bekommen, okay. Weisen. Ich bin da Weisen. Was ist denn hier? So. Ich mach mal das. Okay, ne. Warte, dann muss er jetzt noch mal kurz warten. Okay, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ich will mich jetzt... Ja, das ist zu vielerster. Okay, okay. Jetzt müssen wir nicht hin und durchkennen. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. 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 Nee, also nicht. Aber ihr seht... Äh, äh, die haben keine Chance. Ja, keine Chance. So, dass wir noch ein bisschen länger bleiben. Mach das so. Noch ein bisschen Gold mit in der Hoffnung, dass wir irgendwie... irgendwie... Äh, noch ein bisschen... Ja, okay. Okay. Dann... Wenn wir den Gold machen... Oh, ey. ... ... wir haben so richtig Glück. Hoppala. Oh, ja. Oh, ja, das stimmt. Sie haben jetzt verlegt bekommen, dass wir... Oh, wow, zoomen. Ja, okay, okay, okay. So, jetzt muss ich hoffen, dass wir noch recht im Boss bekommen. Mh Oh! Oh! Wo bin ich denn? So, die haben wir da. Dann mach mal weg hier. Jawoll! Leben mit! Wollen das Leben genießen! Oh ne! Da bekommen wir nicht hin. Kann ich jetzt schon sagen. Hab ich alle... Ja, wenn man einmal weiß, wie das geht, ist das gar nicht mal so schwer. Aber ich finde das jetzt so schlimm. Bin ich ganz ehrlich bei euch. Ja, das macht die beiden an. Das macht die beiden an. Das macht, glaube ich, weiter... Ja, die hier an. Habt ihr gesehen? Genau. Das sieht aus. Das hier ist an. Aber das... Weiß nicht. Die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr wisst, wie man das anbekommt. Ich hab keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich? Oh, ey. Ich hab... Warte mal. Wie ich das jetzt aufmache, ist... Das aus. Das aus. Das aus. Das aus. Das aus. Okay, 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 Okay. Balch. Oh, ey, das ist ges Silvoice. Braindead! Oh Mann, das ärgert mich. Bin wieder bei 2. Oh nein, oh nein. Boah, ich war bei 1. Ja gut, ok. Ja wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Deutsch ist auch für mich. Fack. Machen wir doch mal. Ooooooh! Juuuuh! Was ist da? Gönnen wir uns? Gönnen wir uns. Machen wir den Gönner. Sooooom. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und das ist ein bisschen ein bisschen zacken 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 Ich möchte jetzt... Ich möchte vielleicht den Slash-Forn. Was ist das? I don't know, I don't know. Da könnte ich jetzt noch... Das sind wir dran. Slash. Brauchen wir nicht. Ich möchte auch einfach hier alles rausballern. Ich möchte auch hier... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, okay, ja gut, wie gesagt, das war so gelaufen, weil ich mich am Ende nicht mehr konzentriert, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, jo, ich weiß gerade, ey, gesagt, ich war sie, also, ey, das ist fast jetzt mal so, ich bin in einer Sekunde übel konzentriert in der anderen, fuck ich wollte, ähm, jo. Ich bedanke mich aber für's Zuschauen, wünsche euch einen ganz entspannten Tag, morgen oder Abend, auch mittags, wann immer ihr das Video schaut, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, die Glocke zu aktivieren, ähm, und dann sehen wir uns bei einem nächsten Video, oder, ähm, ab und an bin ich auch auf Twitch live und versuche den Trollboss da zu bezwingen. Okay, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, da heißt ich Kondre live, schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei, und dann sag ich tödödö.